Hm? Sollst du da knochen oder nicht? Anni, hm? Was macht die Mama da? Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani. Heute gibt es einen Haul, einen kleinen Haul bei Cosmetic For Less. Ich habe das erste Mal bei Cosmetic For Less bestellt und ich muss sagen, ich habe super, super Schnäpperchen gemacht. Und was das für tolle Schnäpperchen sind, das werde ich euch jetzt zeigen. Bei Cosmetic For Less findet ihr richtig tolle Sachen. Es gibt Aktionen, entweder man bekommt Versandkosten frei mit einem bestimmten Code oder es gibt Aktionen, wo es halt Sonderrabatte gibt für bestimmte Produkte. Und ich habe dazu geschlagen, es gibt verschiedene Marken, die man da findet. Essence, Catrice, unter anderem. Und bei mir ist es eher Essence-lastig geworden. Ne, BH Cosmetics habe ich auch noch. Und fangen wir jetzt einfach mal an mit dieser Eyeshadow-Palette. Und diese Lidschattenpalette nennt sich Epic Sunset und ist von Essence. Die kostet ursprünglich 9,95 Euro und ich habe dafür 5,97 Euro bezahlt. Also ich habe da richtig, richtig viel gespart. Und ich finde sie wunderschön, allein von Packaging her. Und wenn man die aufmacht, hier ist dann ein Spiegel mit drin. Und mit einer Folie natürlich, die muss ich mal eben abmachen. Das ist die Palette. Die ist wunderschön, finde ich. Da sind sehr, sehr schöne Farben drin. Und ja, für jeden Look ist was dabei. Für den Alltag oder halt etwas, ja, kräftigeres würde ich jetzt nicht sagen. Aber da sind halt verschiedene Farbnuancen. Blau ist drin, grün ist drin, pink ist drin, braun, lila. Ja, also eigentlich, ja, eigentlich jede Farbe. Ja, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die nicht so kräftig sind. Ich gehe jetzt einfach mal in eine Farbe rein. Ja, doch. Also die Pigmentierung finde ich so sehr, sehr gut. Ich bin gerade überrascht. Ja, die Pigmentierung ist sehr gut, finde ich. Ich, gut, die krümeln schon. Man sieht schon den Unterschied zwischen anderen, höherwertigeren Paletten. Aber, ja, so für Anfänger finde ich die nicht schlecht. Ich muss mal im Blick, wo mein Hund ist. Moment. Anni? Hund ist noch da. Ja, Anni, die ist nämlich schon mal einfach alleine spazieren gegangen. Durch die Büsche durch und in Seelen ruhig einen kleinen Spaziergang gemacht. Du bleibst jetzt hier, ne? Okay, okay, machen wir weiter. Also die Palette für 5,97 Euro finde ich super Preis, super Schnäppchen. Und, ja, ich werde mal schauen, was ich daraus Schönes schminken kann. Da kommt eine Lidschattenpalette von Essence. Und zwar ist das die Create and Transform My Wonder Eye Palette. Die hat ursprünglich 8,95 Euro gekostet. Und ich habe sie für 3,58 Euro bekommen. Und das ist eine ganz schlichte, einfache Palette. Da ist auch kein Spiegel drin. Und, ja, da sind Lidschatten drin. Und da sind auch Pinsel drin. Ich mache mir eben die Folie ab. Genau, also hier sind die Pinsel drin, hier unten. Und hier sind die verschiedenen Lidschattenfarben. Aber auch das ist wirklich sehr, sehr natürlich gehalten. Da gibt es keine kräftigen Farben drin. Ich denke, für eine Anfängerpalette eignet sie sich gut. Das sind mehr so natürliche Farben. Ja, Pigmentierung ist so lala. Also, ja, das ist wirklich geht, ne? Es geht. Aber ich finde, das eignet sich auch sehr, sehr gut für Anfänger und die halt mehr Alltagslook schminken. Oder die sich auch die Schnelle schminken müssen, wenn sie sich überhaupt schminken. Wie Muddis zum Beispiel, die nicht so viel Zeit haben zum Schminken. Ja, für den Preis 3,58 Euro. Den Sparpreis finde ich die gut. Ich hätte aber keine 8,95 Euro bezahlt. Ich weiß nicht, ob es die noch im Angebot gibt aktuell. Aber da kommen immer wieder Angebote rein. Es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Die nächste Palette, das ist die Lidschattenpalette auch von Essence Dancing on the Milky Way. Das Packaging fand ich sehr, sehr schön. Und, ja, ich mache mal eben die Folie ab. Und zwar sind die Pfännchen sehr groß. Da ist jetzt auch kein Spiegel mit bei. Aber die Pfännchen sind sehr groß. Die Farben sind eigentlich genau meine Farben. Und, ja, braun, lila und gräuliche Farbe ist mit dabei. Bordeaux ist das Bordeaux. Die Pigmentierung ist auch so, la la. Aber für den Preis, das ist, ja, kann man auch nicht viel erwarten. Aber das ist jetzt eine Palette, die hat ursprünglich 6,95 Euro gekostet. Und ich habe die für 4,17 Euro bekommen. Dann habe ich hier eine Palette von BH Cosmetics. Und zwar die 28 Neutral Color Palette. Da sind 28 Farben drin. Wie ihr da habt schon gesagt, ist verpackt in so einer Kartonage. Und die Palette sieht dann so aus. Da ist auch kein Spiegel bei. Ah, die ist sehr groß, finde ich. Huch, da war schon die Folie raus. Und gucken jetzt, uh. Wir gehen gleich Gassi an. Genau. Also, das sind die verschiedenen Shades. Die finde ich, ähm, ja, ich finde, das ist auch, wie gesagt, für den Alltag, so, wenn man es schnell gehen muss. Ähm, es sind sehr, sehr viele verschiedene Brauntöne, braune Nuancen. Und, ähm, da gibt es einen, der heraussticht, oder eher zwei. Einmal dieses rosa, ne. Ist das rosa? Ist das mehr Koralle? Ich gehe da einmal rein. Ähm, vom Swatch her ist die Pigmentierung super. Ähm, krümelt zwar, aber von der Pigmentierung her, ja, ja, Pigmentierung ist ganz, ganz toll. Aber das ist auch typisch für, für, ähm, BH Cosmetics Paletten. Sie haben eine tolle Formulierung. Es fühlt sich, ähm, butterweich an. Äh, aber, ja, da sind jetzt, das sind jetzt keine Farben, mit denen man jetzt krasse Looks schminken kann. Aber so, wie gesagt, wenn es schnell gehen muss, ähm, für den Alltag, dann finde ich super. Und das ist, äh, der ursprüngliche Preis war 12,95 Euro. Und, ähm, ich habe den für 9,06 Euro bekommen. Dann habe ich mir zwei Lippenstifte gegönnt. Einmal ist das hier von Essence. Ursprünglicher Preis 2,25 Euro. Ich habe jetzt seit 1,35 Euro. Bei Lippenstiften kann man eigentlich nicht genug haben. Oder Lippenstifte kann man nicht genug haben. Das ist ein Long Lasting Lippenstift in der Farbe 27. Das ist ein Lila. Ich mag diese Essence Lippenstifte. Ähm, ich habe sogar einen Lieblingslippenstift. Äh, der ist schon ein Jahr, zwei Jahre alt, glaube ich. Der hält immer noch. Der riecht noch sehr gut. Ähm, aber ich finde die Farbe einfach nicht mehr. Ich finde die Farbe nicht mehr. Ja, und dann habe ich hier noch einen Lippenstift. Ähm, wo ist er denn? Da, Lippenstift. This is me. Auch von Essence. Ähm, matt. Und der ist vegan. In der Farbe 20. Unique. Das ist dann auch ein ganz, ganz dunkler, äh, Lila Ton. Lila Bordeaux. Das ist eher ein, äh, Bordeaux Ton. Ja, dafür habe ich 1,35 Euro bezahlt. Ursprünglich bei der Lippenstift 2,25 Euro. Dazu habe ich noch einen Code genutzt. Habe die Versandkosten gespart. Und für, äh, 1, 2, 3, 4 Paletten. Und zwei Lippenstifte habe ich insgesamt, äh, 25 Euro. Und 48 Cent gekauft. Ich finde, das ist ein super Schnäppelchen gewesen. Schaut da mal rein bei Cosmetik Verlässt. Ähm, abonniert den Newsletter. Dann werdet ihr immer informiert über die neuesten Aktionen. Und vielleicht findet sich ja da auch ein Schätzchen. Ein super schnapper Schätzchen für euch. Okay. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr Lust drauf habt, dann würde ich mich sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.